Die Freiwillige Feuerwehr Großburgstall veranstaltete am 18. Februar wieder ihren alljährlichen Feuerwehrball. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Großburgstall zu unseren Ballen auf das Allerherzlichste begrüßen zu dürfen. Die Freiwillige Feuerwehr Großburgstall gestaltete bereits zum achten Mal die Mitternachtseinlage für den Ball. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tierfreunde. Mein Name ist Juri Ibrahimovic, bin pensioniertes Bärzirkus aus Russkisibirien. Die Mitternachtseinlage war wie immer sehr lustig und brachte die Gäste zum Lachen. Mama, wie ist es doch die Hähne, die Gefühle im Pferd zu verschirmen? Ja, natürlich, Schweinbaum. Wie Sie sehen, ist das Schweinbaum zwar nicht für jedermann. Und die anderen Jagdhinde wollten immer schnippern an meinem Popo. Eines Tages wollte der Jäger wieder mit mir in die Wald, also habe ich gemacht aus Protest, Bibi in seine Tsutsuki. Auch Bürgermeister Karl Gabler musste bei der Mitternachtseinlage wieder mitmachen. Eines Tages måste bei der Mitternachtseinlage wieder mit mir an die Danzen an Emmanuel. André Lu��burgstall Vielen Dank.